Während der Freitagsfolge von The Tonight Show fragte Moderator Jimmy Fallon den 36-jährigen Schauspieler, ob an den Gerüchten über eine bevorstehende Spin-off-Serie über John Schnee etwas dran ist. Lächelnd und sich am Ohr kratzend hielt Harrington seine Antwort einfach und sagte zu Fallon, ich weiß es nicht, würdest du es gerne sehen wollen? Bereits im Juni 2022 enthüllte ein The Hollywood Reporter, dass sich eine Fortsetzungsserie über Harringtons Charakter in der frühen Entwicklung befindet. Obwohl der Schauspieler über eine Wiederaufnahme seiner Rolle sehr diskret bleibt und sogar zu Fallon sagte, ich kann nichts über eine geplante Serie sagen oder dass es einen Grund gibt, warum es einen Spin-off geben würde. Ich werde auf der Straße heute ein bisschen weniger erkannt und das verletzt mein Ego, sagte er scherzhaft. Ich bin ziemlich nah dran ein paar Pelze anzuziehen. Ich habe in meinem Kopf gezählt nach wie wenigen Fotos ich von Fans an einem Tag angefragt werde, fuhr Harrington fort. Und wenn es unter eine bestimmte Zahl fällt, denke ich, dass ich ein Spin-off machen werde. Fallon machte darauf einen Scherz und sagte den Fans von Kit Harrington, dass sie ihn nicht nach einem Foto fragen sollten. Wenn sie das für die nächsten zwei Tage tun, könnten wir bis Montag eine Antwort haben und könnten dann einen Game of Thrones Spin-off mit John Schnee sehen. Das Game of Thrones Gespräch begann, als Fallon den Schauspieler über seine Teilnahme an der offiziellen Game of Thrones Convention in Los Angeles im Dezember befragte. Auf der Veranstaltung öffnete sich Harrington darüber, wie er sich nach den abschließenden Ereignissen der Show im Jahr 2019 fühlte. Es war ein bisschen wie zurück in die Zeit zu gehen, sagte Harrington über seine Teilnahme an der Veranstaltung. Ich weiß, es sind nur vier Jahre oder so, aber es fühlt sich länger an und ich bin dort gewesen und es ist schön die Fans zu sehen. Es ist irgendwie erstaunlich, dass die Show immer noch so eine Fangemeinde hat und auf ihre eigene Weise weitergeht. Während der Convention enthüllte Harrington dem Entertainment Weekly auch, dass John Schnee nicht okay war, wo ihn die Fans zuletzt sahen. Nach dem Serienfinale, in der er Daenerys tötete und zur Mauer im Norden verbannt wurde, sagte Harrington, dass seine Figur sich glücklich schätzen würde. Wie er erklärte, ist die Tatsache, dass er zur Mauer geht, das größte Geschenk und auch der größte Fluch. John Schnee muss zurück an den Ort und mit all diesen Geschichten gehen und den Rest seines Lebens damit verbringen, darüber nachzudenken, wie er Daenerys getötet hat, an Ygritte zu denken, die in seinen Armen starb, und wie er Olly aufgehängt hat, und den Rest seines Lebens damit verbringen, an all diesen Traumas zu denken, und das findet Harrington interessant. Letztes Jahr sprach Maisie Williams auch über die Möglichkeit einer neuen Serie rund um John Schnee. Sie sagte exklusiv gegenüber dem People Magazine während ihres Besuchs beim Cannes Lions Festival mit Spotify, dass sie mit Game of Thrones eine erfolgreiche Show hatten und dass es immer noch so viel Geschichte zu erzählen gäbe. Ich denke, dass es wirklich aufregend ist und ich denke, dass Kit ein phänomenaler Schauspieler ist. Seine Darstellung von John Schnee war wie ein kultureller Neustart sagte die 25-jährige Williams, die Schnees Schwester Arias Tag spielte. Ich denke, dass alles was er berührt Magie ist und ich bin gespannt zu sehen was es sein wird. Was haltet ihr davon, sollte es ein Game of Thrones Spin-Off mit John Schnee geben? Und was haltet ihr von House of the Dragon? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat würden wir uns über einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abonnement sehr freuen. Und nicht vergessen die Glocke zu aktivieren. Vielen Dank fürs Zuschauen.